Wir haben einen Plan. Zu dritt ist hier ein bisschen voll. Mal gucken, was passiert. Thomas, gehen wir linke Seite. Nur zwei, hier kommt was entgegen. Puh, Scheiße. Ich versuch's mal links weit davor. Ich hab hier links am Zaun noch einen. Bis zum nächsten Mal. Ach, in der Mitte kommen sie. Einen habe ich, wo die Hand hochgegangen ist, dahinter ist noch einer. Zwei Mann hier oben am Zaun, links oben. Ich komme hier nicht weg, könnt ihr helfen? Ich habe hier auch noch zwei Gegner. Sorry. Der ist auch raus. Sieht gut aus, links kann weiter vor. Ich habe keine Ahnung. Ja. Vorbei? Game. Game.